Mirina! Was denn das für Zeiten, wo wir uns jetzt schon an Regeln halten? Ja, dann rein! Ich bin nicht so auf Haarschaden, bei Roten Spänen! Dann regt euch bei Nils! Nils, das ist fair! Nein, Nils hast du auch bei mir gehört! Ich bin der Meinung, wir rennen jetzt alle mal rein! Wir rennen jetzt mal alle! Das ist das Erste! Das ist dein Plan! Wir schleichen uns an den Ball heran! Wir rennen alle mal rein! Gesteuert! Nackt! Nackt! Wir laufen jetzt alle langsam nach vorne! Wir laufen jetzt alle langsam nach vorne! Und dann hinten auf dem Rücken! Schreibt mal immer's Fack mit dem Pfeil auf dem Arsch! Warte, wir gehen jetzt! Mirina! 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 Mirina Bullshit! Ist da auch einer von uns an Wellen, oder? Kommt jetzt mit nach vorne! Wir müssen unser Team unterstützen! Mirina! Mirina, los! Was ist denn jetzt mit nach vorne? Nein! Ich weiß nicht, ob das Ding hier ist! Ich weiß nicht, ob das Ding hier ist! Ah! Du warst ganz ruhig! Jungs! Wir wollen jetzt nach vorne laufen! Wir müssen unser Team unterstützen! Ich weiß nicht, ob das Ding ist, oder? Welche brauchen wir unsere? Wir gehen jetzt nicht nach vorne! Genau! Mirina, ich habe das Zeug! Erleichter! Einen weißige Lunge, brauche! Hey, wo kommst du die jetzt her? Hast du doch für deine Frau den Ball eingekauft! Höhö, wo kommt denn jetzt? Selle doch gerade in dem Eingraf gemacht! Was ist denn das? Mach dir mal ein paar Feine, die liegen zurück! Ja, wir müssen jetzt noch nicht vor. 5-1. 5-1. Das ist richtig. 5-1. 5-1. Wir müssen jetzt mit eingreifen. Und Thomas, du hast noch 4, dann kannst du dich da halten. Dann haben sie ihn rausgenommen und dann ging's los, das Feuerwerk. Wir sind gerade kurz einer weniger, oder? Ich weiß es nicht. Dominik, pass auf, dass sie nicht ins Spielfeld rinnt. Auch da kennt alle. Na ja. Ich hab mich auch schon mal reingeschnitten. Ich hab mich auch schon mal reingeschnitten. Ich hab mich auch schon mal reingeschnitten. Ich hab mich auch schon reingeschnitten. Dann mach ich mal vor. Der Gelbe war nur von mir. Das war ein Prüfsteller. Hier, pass auf den Weg. Lass mich ja tot. Das wisst du nicht. Ich kenn sie nicht. Hat auch keinen Betroffen. Nee! Ganz kurz, ganz kurz mal. Wir haben das mal an. Ich fass mich nicht wieder an. Ich bin der Meinung, wir sind immer wieder an. Wir laufen jetzt mal den vorstor. Wir machen den Torwart. Wir machen den Torwart. Jetzt hier. Ja. Nein, wir bauen die Flaschen vorne auf. Wir bauen die ganz leeren Flaschen vorne auf, damit sie schon mal sehen, was blüht. Wir machen den Torwart. Wir machen den Torwart. Oh, habt ihr es gesehen. Das ist immer ein Tor. Schon wieder. 6-1, Jungs, wir müssen jetzt was machen. Wir machen den Torwart.